So, eine Woche ist rum. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden und ich möchte mal eben noch schnell das Gewinnspiel auslosen, bevor ich dann auch zur Silvesterparty abhau. Ja, und ich musste leider feststellen, wenn wir mal hier gucken, acht Kommentare. Ja, YouTube hat leider ein paar Kommentare irgendwie gelöscht, entfernt. Ich weiß es nicht genau. Dann habe ich mal hier bei Google Plus geguckt. Da ist zum Glück, beziehungsweise es sind zumindest noch ein paar mehr Kommentare aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle sind. Falls ihr irgendwie geschrieben habt und der ist jetzt hier nicht dabei, dann ist er leider weg. Das tut mir leid, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Irgendwas hat YouTube da wieder verbockt. Jedenfalls haben wir drei Teilnehmer für Serious Sam 3 und drei Teilnehmer für Electronics Superjoy. Und ja, wir gehen gleich mal eben mit Serious Sam 3. Das wollte er haben. Headbang, Game Tricks steht hier jeweils drin. Und wer war das noch? They called us noobs. Der wollte auch Serious Sam 3 haben. Und ich habe hier mal wieder was vorbereitet. Zufallszahl zwischen 1 und 3 machen wir. Hier generieren. Nummer 2. Das ist Game Tricks. Gut, das heißt, oder ja, ich hatte eigentlich gesagt, ihr müsst mich anschreiben, habt eine einfache Zeit, bla. Aber dich habe ich eh in Skype, also kriegst du den Key dann so. Ich weiß ja, dass du aktiv bist. Für Electronics Superjoy hatten wir ASDF Gaming, Dan Armbruster und ja, The Mustachou, der, oder es steht hier im Kommentar nicht drin. Ich weiß aber noch, der hatte den Kommentar nochmal nachbearbeitet und hatte das mit reingeschrieben. Also lasse ich das gelten. Da machen wir es ja nochmal. Generieren. Nochmal die 2. Das wäre dann Dan Armbruster. Oder Armbruster. Ich habe keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Ja, für dich gilt dann, du hast eine Woche Zeit. Wenn das Video jetzt rauskommt, müsste es der 1. Januar sein. Ich sage jetzt einfach mal, bis zum 7. Januar, 0 Uhr, hast du Zeit, mich anzuschreiben, um zu beweisen, dass du nicht tot bist. Und dann, ja, bekommst du, oder ich weiß gar nicht, ob ich davon jetzt einen Key habe oder diesen Game Link. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, jedenfalls, das bekommst du dann. Und ja, an alle anderen leider leer ausgegangen, aber es wird nochmal wieder was kommen, denke ich mal, irgendwann in nächster Zeit. Und jetzt, beziehungsweise, ich muss ja eigentlich sagen, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, weil ihr werdet das ja morgen erst sehen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, jedenfalls, guten Rutsch und bis bald. Ach ja, bevor ich es vergesse, hinten dran, an dieses Video, hänge ich jetzt nochmal ein bisschen Gameplay von Enclave. Habe ich die letzten Tage mal ein bisschen gespielt, ist eigentlich ganz witzig. Gibt es auch, glaube ich, relativ günstig auf Steam oder gab es von der Zeit mal im Sonsten. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ja, jedenfalls, wenn euch das interessiert, könnt ihr ja nochmal reingucken. Und dann, bis bald. Ja, jedenfalls, ja, jedenfalls, ja, jedenfalls, ja, jedenfalls. Ja, jedenfalls, ja, jedenfalls, ja, jedenfalls. Ja, jedenfalls, ja. Ja, jedenfalls, 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 ja Ach, hast du das gehört? Was für ein Knall! 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 Das sollte die Knall! Was für ein 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 Knall! Ja, ja, ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017